Drishadasana, die Stellung des Steines, Steinstellung. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage, Shavasana. Von hier gibst du die Beine zusammen, beugst die Knie und fasst mit den Unterarmen um die Knie herum oder mit den Händen. Das ist Drishadasana, eine Variation auch von Pavana Muktasana. Du kannst entweder ruhig bleiben und dann tief mit dem Bauch ein- und ausatmen oder du kannst es so machen, dass du nach links und nach rechts beugst und so eine gute Massage gibst für den Rücken. Drishadasana ist eine gute Gegenstellung zum Beispiel zum Fisch, wenn du nach dem Fisch so ein bisschen im unteren Rücken mehr Entspannung brauchst oder auch eine gute Übung, um die Lendenwirbelsäule zu dehnen und die Lendenmuskulatur zu entspannen. Auch Gesäßmuskeln werden gedehnt und so die Hüftgelenke flexibel gehalten. Drishada heißt übrigens Stein und so ist Drishadasana die Steinstellung.